Was geht ab? Ich bin euer Sajas und willkommen zum neuen Bedürfnis im Kanal. Ich werde jetzt unsere Elf ein bisschen ändern hier. So wird unsere Elf heute sein. Kostas spielt ZOM und ja, so werden wir halt auftreten gegen Bayern 04 Leverkusen. Tornis, gibt es keine Reimspiel für die Bayern in der Allianz Arena. Und los, von Nacht zu Rabilal. Zack. Zack. Ja. Wer ist Top-Torcher zu Bayern 04? Spieler-Debü Ramazan Özcan. Sein feuriges Team war aus Ingolstadt und heute spielt er für Leverkusen Heimspiel-Primäre, äh, Auswärtsspiel-Primäre für ihn. Und sein Dibi, Robert Hilbert, Roberto Hilbert, und jetzt Kimmich auf Robben, letzte Partie ein Tor geschossen, hätte auch zwei Tore schießen können. Die Bayern ohne Lewandowski in diesem Spiel, hat sich verletzt. Sein letztes Spiel war gegen Dortmund und heute muss Thomas Müller die Arbeit von Lewandowski erledigen. Ja, Lewandowski für drei Wochen verletzt. Gegen Eindhoven hat er eine kleine Verletzung gehabt. Konnte ein paar Minuten weiterspielen oder mehrere Minuten konnte er weiterspielen und dann musste er ausgewechselt werden. Musste er ausgewechselt werden, der Lewandowski, der hat in der Champions League die meisten Tore, er hat in der Bundesliga die meisten Tore, im DFB-Pokal sogar die meisten Tore. Er hat in allen Wettbewerben für die Bayern, wo die Bayern halt dabei sind, ist der Top-Torschützenkönig. Und Leverkusen hier zur Zeit mehr am Ball, Julian Brandt, Wendell bringt die Flanke und Manuel Neuer an das 6.0 gegen Dortmund. Und war Lewandowski sehr, fast bei jeder Sache dran beteiligt, weil hat er im Fünferpack geschossen und da ist man an fast allen Toren dran beteiligt. An Müllers Tor war er auch beteiligt. Da hat er die Vorderung gemacht und Manuel Neuer, Volland schoss ins Unglück und Bellarabi bringt die Ecke zu Hilbert. Doch sie landet bei V-Spiel von Arturo Vidal und es gibt Elfmeter. Vorland gegen Neuer, Volland gegen Neuer, Neuer gegen Volland und Volland trifft nicht. Er trifft nicht gegen Manuel Neuer. Glück für die Bayern und jetzt die Bayern wollen direkt die Chance, wollen sich direkt in dieser Partie zeigen. Volland, Volland, Hummels, Vidal und Robben, Robben, ist hier schnell, Robben, geht in die Mitte, Robben. Das wäre fast sein zweites Bundesliga-Saisontor und jetzt wieder Robben und Ramazan Ötchan. Der Österreicher hält den Ball. Und Volland, versucht es mal. Versucht es einfach mal. Douglas, Costa, ich meine Arjen, Robben, Vidal. Arjen, Robben, fast durchgekommen. Arjen, Robben hat letzte Partie gegen PS4-Eintorven so einen Alleingang gemacht. Da war das Tor natürlich für ihn dann auch nötig. Ein typischer Robben. Mwarteng, Fehler, Baumgartlinger. Und jetzt kommen die Bayern, halbe Stunde ist, halbe Stunde vorbei und direkt die Bayern mit Robben. Robben ist durch und er rennt gegen den Spieler und er verliert den Ball. Kimmich, Julian Brandt und Kevin Volland. Volland, Manuel Neuer. Also heute kann man nur ein Gegentor bekommen, Herr Neuer. Ballverlust. Thiago und Arjen, Robben. Robben ist schneller als jeder Mann und Robben. Der wäre doch drin gewesen. Arjen, Robben. Robben, Robben, Robben. Robben. Komrum. Julian Brandt. Bänder. Lars Bänder also. Arturo, Vidal, Vidal auf Robben und Robben zieht es durch, Arjen, Robben, Robben schießt das Tor nicht. Obwohl Robben komplett frei war, er müsste nur noch den Ball reinschießen. Robben, kein schlechter Spieler, aber heute hätte echt Leverkusen ein Tor verdient. Julian Brandt, Brawl White und zwei Minuten Nachspielzeit. Ballverlust und jetzt Arjen, Robben, jetzt sehen Sie den Holländer. Müller, Thomas Müller, Ballverlust und das war es mit der Chance. Halbzeit, es steht 0 zu 0. Die Bayern hätten fast ein Tor geschossen, aber auch noch fast. Kimmich, Thiago, Robben, Müller, Alaba, kurze Flanke. Müller, Kosta hätte auch den Ball reingemacht, aber Kosta kam nicht so richtig zum Kopfball. Baumgartlinger, Douglas Costa, das macht er nicht so schön. Wie immer, Alaba und Ribéry. Ribéry mit dem Ballverlust und jetzt ein Wurf für Bayern 04. Bellaraby, Ribéry, Ribéry, Ribéry und das wäre das hundertprozentige Tor gewesen für den Franzosen. So, Frank Ribéry, nein, heute schafft er es nicht. Obwohl, alles war schön, noch nur der Ball, dem Balls Richtung. Warte, der Ball hatte keine so gute Richtung. Foulspiel. Douglas Costa auf Frank Ribéry. Und er mit einem Ballverlust. Browright. Volland. Julian Brandt verliert den Ball und jetzt Hummels. Robben. Robben. Robben mit dem Ballverlust und jetzt wechsle ich. Ich glaube, ich wechsle Robben aus. Robben. Dann lass noch mal Tolisso, lass mal Tolisso vorne spielen. Robben mit dem Ballverlust. Und jetzt. Und jetzt kommt der Wechsel. Und Müller, Müller, Müller. Das geht doch nicht. Thomas Müller. Das wäre das 1 zu 0 für die Bayern gewesen. Doch trotzdem kein Tor. Kevin Kampel. Ballverlust. Äh, Fehlpass. Und jetzt. Die Bayern. Was ist noch? Es wird der Ballverlust. Es wird der Ballverlust. Wir müssen nach oben gehen. Ich bin. Es werden hier auf die Erde rein. Müller da ist das Trautor 1 zu 0 Bayern. Thomas Müller das 1 zu 0 für den deutschen Rekordmeister durch so ein Tor. Müller das ist sein vierter Saisontreffer. Alle vier hat er fast nur heimerzielt. Kann man so sagen und Tolisso in diesem Spiel überragend, obwohl er nur ein paar Minuten drin ist. Abseits von Karim Bellarabi. David Alaba. Ein Wurf für die Bayern. Tolisso und wieder Tolisso. Müller. Thiago. Die Bayern hier mit ihren Riesenchancen noch mal in den letzten paar Minuten wollen die Bayern noch ein Tor. Und Jerome Boateng. Mit etwas weniger Kraft würde es glaube ich gehen. Langer Ball von Ramazan Özcan. Julian Brandt gegen Joshua Kimmich. Er gewinnt das Duell. doch so auch nicht. Jonathan Wendell. Ballverlust. Jonathan Tah. Kriegt es nicht hin gegen Kingsley Comor. den Ball zu holen. Doch jetzt wieder Leverkusen. Kevin Volland. Volland. Tolisso. Das war etwas zu viel von Korontor Tolisso. Korontor. 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 Korontor Tolisso. Ich will auch noch mal ein Tor. Und jetzt kommt Leverkusen noch mal. Tolisso. Kingsley Comor. Comor. Und das ist die Riesenchance für die Bayern. Sie nutzen sie nicht. Thiago noch mal mit der Ecke. Auf Mats Hummels. Und Hummels. Mit einem Fasstor. Thiago auf Hummels. Um noch eine Minute zu spielen. Ötcher noch mal mit dem Ball nach vorne. Doch jetzt ist der Schluss. Die Bayern gewinnen mit einem 1 zu 0. Müller. Ja verdient. Ja verdient. Besser als verdient. Kann man das doch gar nicht sagen. Ja gewinnen mit einem. Ja Lewandowski diesmal nicht im Training dabei. Müller. Ja. Ja normalement. Dann noch mal meinen Gehen. Ja. Müller. Nächster Spiel gegen Mainz. Ich hoffe Lewandowski. Paragol möchte kein Trainer sein. Nächster Spiel gegen Mainz. Und das nächste ist gegen in 10 Tagen. Ja Leute, das war's mit diesem Video. Liked das Video, teilt das Video, abonniert meinen Kanal, abonniert Sidegaming und ciao.